servus liebe world of warcraft freunde willkommen zurück zu einem neuen video auf meinem kanal in den nächsten minuten widmen wir uns einem thema welches noch mal zeigt wie asozial zum teil die aktuelle spielerschaft von world of warcraft ist zum anderen aber auch ein kleiner beweis dafür ist dass blizzard zumindest mal darüber nachdenken sollte eventuell den perso loot wieder einzuführen und bevor wir uns dem thema widmen möchte ich sagen oder möchte ich anmerken dass ich nicht der meinung bin dass sie komplett den perso loot wieder einführen sollten aber ich finde man sollte die wahl haben im sinne von keine ahnung wenn du mit gildenmitgliedern unterwegs bist beispielsweise dann ist es immer gruppenloot wenn du aber in einer gruppe bist wo keine ahnung alle durcheinander gewürfelt sind also ein random raid hier über den dungeon browser dann ist es perso loot standardmäßig beispielsweise oder dass man einstellen kann dass der gruppenführer auswählt wird dieser raid jetzt mit perso loot oder mit gruppenloot gefüttert wir hatten ganz zu beginn des addons zu dragon flight schon mal eine ähnliche diskussion und da habe ich auch ein meinungsvideo gemacht weil viele von euch auch in meinem stream geschrieben haben oder mir auf insta geschrieben hatten links dazu in der video beschreibung by the way wo es halt einfach darum ging und das kann ich auch sehr gut nachvollziehen dass dieser rube loot sich sehr sehr unbefriedigend anfühlt gerade da man jetzt sehr sehr lange den perso loot hatte die letzten jahre wäre das ganze und sorry wenn ich mich für welche da wiederhole aber es gucken eben auch viele leute zu die neu sind die sich noch nicht so auskennen was damit gemeint ist es letzten endes in den vergangenen addons hat so so wenn du im raid drin warst und bei einem boss man hat ihn gekillt hat jeder spieler den gelootet und der loot war für eine gewisse anzahl von spielern drin beispielsweise mythisch 20 mann boss getötet konnten vier spieler loot aus dem boss ziehen und den loot konnten sie dann wenn sie schon ein item auf diesem item level hatten an andere leute abgeben jetzt ist es so dass der boss getötet wird und dann werden halt beispielsweise vier items angezeigt und jeder kann darauf rollen ich sag mal so wie für uns jetzt als organisierten raid ist das eine deutlich angenehmere sache beispielsweise kann es natürlich auch sein dass ich als eule ich habe 4 47er handschuhe und es hätte per perso loot 4 750er rausgezogen die sind aber schlechter und dann hätte ich es mit dem alten system nicht traden können so kannst du eigentlich sicher gehen dass der gedroppte loot in einer geordneten raid atmosphäre immer an die leute geht die am meisten nutzen rausziehen also ich würde sagen für organisierte raids ist diese methode besser um den raid schneller und sinnvoller zu equipen der nachteil ist natürlich für random raider die tatsache dass ja wenn du ganz viel pech hast und deswegen ich bin mit shadowlands beispielsweise mit meinen twings auch eigentlich immer gerne random raiden gegangen weil man da immer bei sich du konntest eigentlich sicher sein wenn wir sechs bosse killen ziehe ich da 12 items raus und bin zufrieden denn jetzt kannst du wenn du pech hast die einen dreistündigen raid antun und kriegst am ende kein einziges item weil halt jeder auf die gedroppten items rollen kann und im ernst im schlechtesten fall kriegt ihr kein einziges und jemand anders macht sich richtig die taschen voll also ich bin immer noch der meinung gerade für random gruppen wäre perso loot wieder die angenehmere variante welches beispiel das ganz gut zeigt ist das folgende das hat jemand auf reddit gepostet you kinder pin also kinder pin heißt der user und er war mit jemanden vom server twisting nether unterwegs der hat auch die gruppe geleitet und er war in einem raid drin wie man sie heutzutage halt relativ einfach findet nämlich diese aberus heroisch runs und er hat geschrieben er war in in kompletten clear run mit drin hat alle bosse mitgemacht dementsprechend würde da auch eine gute zeit drin verbracht haben und beim endboss dann wurde er einfach kommentarlos aus der gruppe gekickt und da hat ihm dann einer geschrieben sorry my friend needs loot also sorry dafür aber mein freund braucht ebenfalls loot er antwortet was meinst du damit dein freund braucht loot und der spieler der gekickt wurde also kinder pin war wohl evoker und er schreibt dann dazu mein freund ist auch evoker und braucht auch kette items und dann schreibt der gekickte wieder well i can be there for extra role if you tell me first und er kann weiterhin drin sein für die chance auf ein extra loot er braucht nichts hätte man es ihm vorher gesagt er wollte nur personal loot dieses fragment fürs legendary haben und jetzt sind wir schon an dem punkt wo einfach leute kommentarlos aus der gruppe gekickt werden einfach um die chance dass bestimmte andere spieler mehr loot bekommt oder dass er weniger konkurrenten auf einer item hat größer ist also das ist beziehungsweise sagen dass man so dass es sowas gibt wundert mich nicht aber dass es gemacht wird ist halt einfach wieder absolut asozial und wenn wir auch mal schauen wo haben wir ihn rufer das gear was hier droppt ist dabei gar nicht mal so gut der stab ist nicht schlecht aber da hätte er wahrscheinlich noch wesentlich mehr leute kicken müssen selbe gilt für den umhang selbe gilt fürs trinket und die kette items weil die aufgeführt wurden ich weiß jetzt nicht um welchen speck es ging aber die beine sind shit von den stats her und die boots meister mastery ist ganz okay kommt halt auch darauf an welcher speck aber hier ist jetzt nichts dabei wo ich sagen würde okay das ist so krank da muss man jemanden also müssen muss man generell nicht jemanden kicken sollte man auch nicht aber aber wenn ich für die chance dass eine person weniger mit rollt auf ein item das ist ziemlich assi ich könnte mir eher vorstellen dass der group leader dachte okay also jetzt da noch die woker drin wir sind beim endboss beide haben das legendary noch nicht hier dann kicke ich den und wenn das lege droppt kriegt mein dude das legendary aber so funktioniert die ganze schose halt nicht das ist das legendary kein item worum die leute rollen sondern das ist ein item was halt am ende persolut ist und was jemand in die tasche kriegt deswegen er hätte den kerl einfach nicht mal kicken müssen ähm ja absoluter schwachfug oder wie man da sieht hätte man den spieler einfach mal gefragt er hat gesagt er brauchte da nichts großartig ähm ja stattdessen wird er dann einfach kommentarlos aus der gruppe gekickt also man sieht dieses loot system wie es aktuell jetzt ist und ich kann mich erinnern als ich in botlk angefangen hatte gab es das auch so wie es jetzt ist da hattest du sogar noch ein plündermeister ähm was ich sogar ehrlich gesagt besser fand im nachhinein also ich kann mich nur sehr gut daran erinnern als ich damals gespielt habe meine ersten erfahrungen auch mit random raids gemacht habe dass wenn jemand plündermeister gemacht hat er sogar drauf geachtet hat dass wenn jemand schon ein item bekommen hat erst mal jemand anderes noch eins bekommt also die spieler waren untereinander so fair und haben den loot gerecht verteilt das ist mittlerweile überhaupt nicht mehr gegeben und jetzt werden halt schon leute gekickt damit der eigene buddy gegen weniger leute auf ein theoretisches item was nicht mal gedroppt ist rollen müssen und das ist halt auch begünstigt durch dieses group loot system damit will ich gar nicht sagen dass blizzard das herbeigeführt hat ähm blizzard kann nichts dafür dass die spieler teilweise so asozial sind aber in so fällen der spieler hat berichtet er hat die leute reportet muss es meiner meinung nach konsequente strafen geben ansonsten ja werden diese spieler die das so machen für ihr verhalten belohnt und man sieht okay das geht ja also kann ich das auch so machen und ich glaube einfacher wäre es echt wenn man einfach sagen würde okay ihr hattet eure chance jetzt gibt es halt wieder per solut und damit müsst ihr dann halt damit rechnen dass es auch mal items droppen die ihr nicht gebrauchen könnt aber scheinbar ist die spielerschaft mittlerweile an punkt wo man das nicht mehr untereinander fair austragen kann sehr sehr schade aber was willst du machen damit danke ich euch fürs zusehen schreibt mir eure meinung gerne in die kommentare hättet ihr auch gerne wieder per solut zurück oder nicht bis dahin gute zeit reingehauen bir Bis zum nächsten Mal.